hallo hallo und willkommen bei der neuen folge von scrap mechanic schön dass ihr wieder eingestellt habt wir legen auch gleich los und zwar habe ich euch mal die aufgabe gegeben dass ihr mal meinen lkw umbauen dürft und mal eure kreationen einfügen sollte also ihre ideen eure funktionen eure ja was was euch halt so einfällt und das war ja eigentlich so ein größerer wagen also eigentlich mal der camper ich kann ich kann mal kurz herunter weil da gibt es ein paar mehr wo habe ich hier so habe ich war wichtig wo habe ich hier genau also später ist noch hier vom riser kräfte der sah eigentlich ungefähr so aus ohne fenster jetzt und ich habe gesagt ihr könnt ja mal zu wohnwagen umbauen zum bus oder was auch immer und ja das wollte ich heute mal machen wird auch zeit und wir fangen an mit dem fahrzeug von kalle kalle dj kalle nicht der kalle aber ein anderer kalle und der hat hier so einen schönen den schönen truck zu einem auflieger umgebaut mit wohnkabine hinten und das schauen wir uns jetzt mal an der braucht ein bisschen mehr fps als die anderen weshalb ich mit dem anfangen möchte und leider auch nur einzeln jetzt hinstellen kann und wir schauen uns als allererstes mal den hofflieger an also so viel fall er hat drei achsen jeweils mit einer feder die miteinander hier so verbunden sind also sechs eingestellt alle drei okay ja prinzipiell eine sehr schöne idee okay was halt ziemlich heftig ist ist dass das wahrscheinlich aus kompletten metall gebaut ist sowie die vor das vorderteil was natürlich dafür wahrscheinlich auch ein bisschen sorgt dass die fps ein bisschen heftig sinken ich finde das hier sehr schön xarok schöne schrift das aber gefällt mir gut mit dem strich eher weiter unten dass er ist auch gut gelungen schön auch hier dass hier das ein bisschen so im grau ton ist interessant ja gefällt mir gut was ein bisschen mich irritiert ist die achse wahrscheinlich sieht es wirklich ein bisschen so komisch aus aber es kann sein ja ich weiß nicht vielleicht ist müsste der auflieger ein bisschen weiter nach vorne aber ich finde auch hier hinten das passt nicht ganz ich will jetzt spontan sagen die achse ist ganz hinten und dann hört es auf hier ist noch so ein anbau hinten dran das sieht ein bisschen komisch aus das war mal gucken okay so schauen wir mal hier hinten rein er hat jetzt hier eine tür und ich habe wieder den typischen bearing bug oder das bleibt ein bisschen hängen weil er das nur auf einer seite gemacht hat könnte ich dir als tipp mitgeben auf beiden seiten zumindest die andere seiten als führung das ist cool hat hier die paletten rein mit findet man das denn jetzt fällt mir irgendwann mal ein diese stangen damit das ladungssicherung genau mit ladungssicherung finde ich cool 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 idee schöne große holz paletten kisten und dann die normalen paletten die er scrap mechanic mit uns mit gibt schön gefällt mir gut cool idee ja schön okay alles ist gesichert wir machen zu wird immer ein bisschen schief ne aber passt dann schön dass er aus holz gemacht hat sonst wäre es wahrscheinlich zu schwer okay genau vorne wird sich wahrscheinlich nicht viel verändert haben so hat hier ein kleines bettchen gemacht mit verschiedenen lichtern was passiert hier da oben ist ein fernseher cool staufächer würde sich kommen jetzt geht noch ja auch okay und da wahrscheinlich auch ja schön okay schön okay hier hat er auch ein bisschen noch was modifiziert so warum eigentlich nicht finde ich eigentlich eine gute idee war es jetzt hat mir immer noch die tür sondern ich denke mal hier ein ok 32 blinker geblieben nicht also in den tag war nicht also ganz normales licht normales licht ach nee okay also das ist normales licht das ist fernlicht aber das hatte dann glaube ich umgefärbt kann es sein auch eine interessante idee waren blinker scheinwäscher genau kennen wir ja ich glaube das ist die klapptür hinten okay so dann wollen wir mal fahren so wegziehen kann er den hinter locker jetzt wird auch die fps besser wenn er rollt ist das besser oh fährt sich gut so mal gucken wie weit wir rum lenken können das interessiert mich natürlich ein bisschen langsamer fahren so ja ja ist gut geworden klasse so jetzt will ich natürlich wissen ob er sich auch rückwärts fährt wie ein echter so dann schauen wir mal links einschlagen ich will um die ecke mitgehen ja geil gerade ausscheren korrigieren korrigieren das ist cool war der gut gemacht also wirklich wegwärts fahren so entladen ja geil also wirklich geiler truck mich interessiert jetzt natürlich auch wie er sich fährt wenn man jetzt den sattel entfernt also den auflieger weg packt schon mal weil jetzt sieht er natürlich sehr ulkig aus aber er sieht authentisch aus so jetzt kann man sogar leicht trifft mit ihm wie beim echten auch oder darf man nicht zu stark bremsen so macht den pulsen die lampen hat er nach vorne geholt sehr schön hat er gut gemacht ich bin so ein schwein warte mal wenn ich so macht kann er nicht drüber stolpern er darf nur hier so drei block hoch könnte spaß machen mit bremsen oder ohne bremsen aber was mal ohne bremsen oder nehmen was mit bremsen weil er dann eh schon so ein bisschen neigt dazu jetzt sind wir noch mal anlauf jetzt ohne bremsen krank und gas geben war warm 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 achten jetzt baby ia und europa geile sache okay ja und schönern also hass schön umgebaut also wirklich cool gefällt mir gut weiter so gerne noch mehr und da kommen wir zum nächsten wo haben wir in da wizard-crafter, da hat gleich mehrere gebaut höre der Wahnsinn ähm, also der gefällt mir ausgesprochen gut stellen wir mal hin ähm kann man eigentlich den zweiten hinstellen gucken wir hier nach dem Brunwagen hin geht das ja, kann man auch noch den dritten hinstellen ähm, wo sind sie? da ja, also da ist das Spiel gestürzt hatte keine Lust mehr weshalb wir ähm jetzt nochmal neu versuchen müssen so, wo haben wir das? wo haben wir das? wo haben wir das? den hatten wir schon genau hier DJ Khaled, den kann man mal wegmachen sonst vergesse ich das immer weil der ist ja auch süß aber den, den kann man jetzt hey, jetzt muss das hier alles erstmal neu laden okay, dann soll er erstmal neu laden dann testen wir jetzt mal den Camper hier also den hatte ich ja so zur Verfügung gestellt ohne die Scheiben, ohne Inhalt auch hier die Klappen waren da gewesen die immer noch ein bisschen klemmen und ähm genau, hier auf der Seite war auch eine genau so, dann haben wir hier den Eingang sehr schöne Idee ich bin nochmal gespannt ob ja, ich glaube die Treppe klappt sich ein weil das wäre schon wichtig ah, coole Idee gut gemacht weil sonst fährt man ja mit einer Treppe draußen rum das wäre ein bisschen ungünstig schöne Idee, schön jetzt haben wir hier Technik, Staufach, okay Licht für den Spiegelschrank ah, ist schön oh, Computer oh, auch nicht schlecht Küche Gefriertruhe, oder? aha klar, warum nicht einen Kühlschrank von oben so machen statt Front Herd Klasse, ja Vorräte aha hinten geht es auch nochmal auf kommt da auch noch was raus ich bin mal ein bisschen weg oh, cool ja, warum auch nicht gute Idee zum Lüften oder so dann nochmal Licht für hier ja, ein schönes warmes Licht da sieht das Essen viel besser aus okay, gehen wir mal in den oberen Bereich ich vermisse noch Bad und Schlafzimmer Bad ist wahrscheinlich hier oh, ist sogar eine Badewanne ja, Wahnsinn klasse so Bett boing, 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 boing okay, mit Licht sehr schön so Leselicht man liest ja sau gerne im Urlaub oh, das sieht auch schön aus so Ecklicht schön sehr schön boing, boing hier ist so kleine Schränkchen davor auch eine coole Idee hier nochmal so zum Schickmann für die Frau schön ausgesprochen schön oh, auch hier vorne eine schöne Kaffeetasse klasse einfach nur klasse genau, Fahrtechnik hat sich wahrscheinlich nichts verändert cool so, warte mal ich mach mal ich fahr mal die Trippe ein hier so, dann kann's losgehen bitte anschnallen drehen wir mal eine kleine Runde fühlt sich gut also hast du nicht zu viel Gewicht reingemacht das ist ja immer so ein gravierender Fehler dass man dann zu viel reinballert und dann fährt das Ding nicht mehr schön sehr angenehm nicht zu schnell klasse hast du sehr gut umgesetzt schöne Landschaft hier so eine Runde gedreht eindeutig ja, ein schöner Truck hast du super umgebaut gefällt mir sehr gut Wizard Crafter Wizard Crafter jetzt bin mir nicht sicher jetzt sollte ich nachschauen warte nicht, dass ich hier was Falsches erzähle Wizard Crafter ok ja, da würde ich sagen kommen wir doch einfach mal zu dem ja, also da ist das Spiel wieder abgestürzt jetzt würde ich spontan sagen es liegt an dem Fahrzeug ich werde das jetzt leider nicht nochmal ausprobieren vielleicht waren anders dann nochmal aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen und deshalb kommen wir jetzt zu dem ist leider wirklich so ein bisschen schade ich hätte ihn jetzt sehr gerne getestet aber naja so, ich sehe schon hier meinen mein Truck hier der hier, also mein Traktor und du hast ihn zur Ladefläche also so ich hatte ihn ja auch als leere Version also ohne irgendwas hinten drauf gebaut und du hast ihn mit Kran gebaut ok, für die Kiste und äh, für den Traktor oder bin hier mal sehr gespannt wie sitzt der Traktor aktuell drauf das ist wahrscheinlich für die Kiste hier oh, so ah, du hast ihn hier hier dran ok ok, das ist ja ich bin ja mal gespannt hier hat man was zum Runterklappen also man könnte auch runterfahren ok schön ich möchte natürlich den Kran ausprobieren so so, schauen wir mal links und rechts greifen hoch runter ah ne, die klappen ok was ist das? ah, so Stützen cool ok wie komme ich nach unten? hm linken geht auch nicht oh ich weiß nicht, ob da dann was nicht stimmt ich mach jetzt auch mal hier den hier in die Richtung haha wahrscheinlich gehört die eine Kiste da drunter noch das ist natürlich ein bisschen blöd ähm jetzt kriege ich die ja niemals mehr da drauf oh, das ist zu weit vorne warte hier hin das müsste gehen ja, ich mach jetzt das ganze Auto kaputt xaro na gut, ich kann ihn dann neu spawnen weil die Kiste war ja am Boden fest oh, da hm hätte ich auch einfach nur das Ding wegmachen müssen ich probiere es nochmal aus oder ich 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 stelle jetzt mal neu hm 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 einfach mal neu hm hm da muss ich mir wieder hier vernünftig was ist jetzt los? hm so ok also letzter Zeit spinnst Scrap Mechanic total das ist ja Katastrophe das ist ja ich 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 immer wenn ich hier runter scrollen dann scrollt er irgendwann nach oben ha jetzt mal schneller so ja weil so wäre es die richtige Höhe ne aber der ich weiß nicht wenn ich nur den hier weg mache geht das ich probiere ich einfach aus würde ich sagen so greifen also heben geht nicht weil die Kiste unten so dann machen wir es so yeah aber ich kann mich nicht drehen warte mal wir haben hier Drehkneue Drehdinger haben wir wieso oh wie sollt ihr denn jetzt fallen lassen? ach hier hm wäre sogar echt gut gegangen ich kann mir kaum vorstellen dass der den Wagen schaffen soll aber probieren wir es aus würde mich mal interessieren also den Traktor probieren wir es mal aus so funktionieren 3 so ich habe was denn jetzt nein ich die denn da hier ich hebe gerade an also so drüber ziehen das ist kein problem gell das geht schon aber es ist nicht so optimal nicht so optimal also das wundert mich jetzt nicht der Traktor wiegt dann war zu viel da lass mich los jetzt wäre es schon schön wenn alle da hinten wird er jetzt den griff dann weg macht und nicht dann so voll weg steigen kann wer nicht so mit burnout machen tipp 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 t kann fliegen kannst du nicht so was du vielleicht einmal wieder hier zu machen klappen okay ja mega mega so ich gehe denn jetzt einfangen ich hoffe dass unser wagen unser truck hier schneller ist als der wobei da kommt ja irgendwann eine wand also sollte es eigentlich gehen da so werden wir dem hinterher fahren wir haben nämlich ein paar geburtstagskinder ob ich denn hier haben wir die zwanzigste so wir haben nämlich am sonntag den 19 also gestern jemanden geburtstag gehabt oder drei leute an der geburtstag gehabt einmal cr tv alles gute nachträglich dann haben wir marco die mann okay hallo alles gute dann die bianca müller die wird nämlich elf durch vermut man heißt die wand würde da jetzt nicht so stillstehen ich habe mir jetzt einfach wurde kann man 9 wie geht es dir max aussteigen hast du gedacht du kannst einfach abholen aber du hast vergessen wir sind in einem käfig und ich kann dich fast von der einen seite zur anderen seite sehen so ist das leben manchmal so haben wir noch jemanden ich kann aber den hier weg packen gehen haben wir auch ja den würde ich gerne testen aber wie gesagt der kräft mehr am laufenden band also so rede müssen wir weg machen gehen wir mal durch das ist ein anderer laster also ich mache heute nur die laster die ihr mir umgebaut habt anderen wobei der schon ziemlich ähnlich aussieht ich finde mir aber gut der ist auch geil geworden von bunner aber das war's ja passt eben mit der aufnahme ist eine gute zeit ja also vielen dank dieser kräfte und dj kalle vielen vielen dank sehr schöne fahrzeuge habt ihr super umgebaut und ja dann bis morgen ciao